Herzlich willkommen, liebe Freunde bei Xtrain24, Ihre Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör. Heute möchte ich Ihnen das Modell einer Elektro-Lokomotive vorstellen, die im hohen Norden, genauer gesagt in Norwegen, zu Hause ist. Es ist die Neuheitenankündigung der Baureihe EL13 der NSB von NMJ. Dieses Modell ist komplett optisch und auch technisch neu überarbeitet worden. Technisch ist diese Lok auf dem Stand des Modells der EL14, die wir ja auch schon vorgestellt haben, gebracht worden. Das Modell dieser Maschine wurde sowohl in Personen als auch im Güterzugverkehr eingesetzt. Ich habe Ihnen alle drei lieferbaren Farbgebungen mitgebracht. Einmal die beiden klassischer rot-brauner Farbgebung der NSB mit der Artikelnummer 82106 und der Artikelnummer 82503 und mit der grünen Farbvariante mit der Artikelnummer 82103. Alle Modelle sind Topline-Modelle. Bevor ich nun auf die Details des Modells zu sprechen komme, erstmal ein kleiner Ausflug in die Historie zu dieser Maschine. Die NSB EL13 der Neues Staatsbahner ist eine schwere und auch verbesserte Version der NSB E11. Wie die E11 wurde auch die EL13 von Tune produziert. Die wichtigsten optischen Unterschiede bestehen eigentlich nur darin, dass die EL13 einen halben Meter länger ist und an jedem Ende der Lok drei statt vier Fenster hat. Die ersten 37 Loks wurden 1957 gebaut, die letzten 1966. Die Lokomotiven der Serie EL13 wurden in 1990er Jahren peu à peu außer Betrieb genommen. Ab 2005 sind aber noch sieben EL13 auf der Pfotenlinie im Einsatz. Eine von ihnen, die EL13 2142, wurde 2003 von Cargonet an das norwegische Eisenbahnmuseum gespendet. Bislang ist 2142 die einzige EL13, die bisher erhalten geblieben ist. So, und das sollte jetzt auch genügen, um Ihnen einen klitzekleinen Einblick in die Geschichte dieser Lok verschafft zu haben. Kommen wir nun zum Modell, liebe Freunde. Für die Präsentation habe ich mir als Farbtupfer das Modell dieser EL13 ausgesucht mit der Artikelnummer 82103. Das Modell der EL13 2131, welches nun hier vor mir steht, ist ein Analogmodell. Diese Lok kann, wie auch die anderen EL13 problemlos auf AC, mit den passenden Umbausets umgerüstet werden. Diese Umbausets sind aber erst circa viertes Quartal zu haben. Das Set beinhaltet einmal einen Schleifer zum Einklicken und natürlich vier Achsen mit AC-Profil. Das Modell der EL13 von NMJ ist hervorragend detailliert. Die Dachaufbauten entsprechen exakt dem Vorbild. Besonders gefallen die filigran ausgeführten Stromabnehmer. Alle elektrischen Zuleitungen und Isolatoren sind in vorbildlicher Materialstärke ausgeführt. Viele extra angesetzte Details wie Scheibenwischer, Handläufe, Außenspiegel und Aufstiegsleitern runden den hervorragenden Gesamteindruck dieser Maschinen ab. Die Lackierungen und Bedruckungen sind sauber und trennscharf ausgeführt und entsprechen dem jeweiligen aktuellen Betriebszustand dieser Lok. Das Fahrgestell ist scharf graviert ausgeführt. Alle Anbauteile wie Sandstreuer, Zuleitungen, Luftbehälter sind ebenfalls extra angesetzt. Die Lok besitzt einen Kurzkupplungsschacht nach NEM362. Schauen wir jetzt mal der Lok sozusagen unter den Rock. Die Lok hat eine 21-Pin-MTC-Schnittstelle zur Aufnahme eines entsprechenden Digital-Decoders. Das Modell ist für die Soundnachrüstung vorbereitet. Ebenfalls auf der Platine ist der Umschalter für den AC-Betrieb angeordnet. Die hier von mir vorgestellten Loks der Reihe EL13 der NSB sind auch als Soundvarianten erhältlich. Die grüne EL13 2131 ist unter der Artikelnummer 82103 als Analogmodell und in der Soundvariante unter der Artikelnummer 82103 DCC Sound lieferbar. Das gleiche gilt für die braune Variante der EL13 mit der Artikelnummer 82106 für das Analogmodell und die Soundvariante mit der Artikelnummer 82106 DCC Sound. Und last but not least die rot-braune Variante der EL13 mit der Lognummer 132160 und der Artikelnummer 82503 für das Analogmodell und 82503 DCC Sound für die Soundvariante. Das war es also liebe Freunde mit meiner Präsentation des Topline Modells der EL13 von NMJ. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude und natürlich jede Menge Spielspaß mit diesem Modell. Machen Sie es also gut. Bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal und ran an die Modellbahn. Ihr Frank Buttig.